Die letzte Woche endete mit dem dreitägigen Besuch der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock in China. Für viele war ihr Besuch eine Bestätigung, dass Europa immer noch auf der Seite der Freiheit steht. In Interviews und Pressekonferenzen verurteilte sie Chinas militärische Vorstöße in Richtung Taiwan. Dennoch wurde Baerbock sehr begrüßt, denn was hinter den Kulissen geschieht, ist für China wichtiger. Die beiden Nationen verstärken ihre Zusammenarbeit. Vor Baerbocks Besuch ließ der französische Präsident Emmanuel Macron mit seiner Anti-Amerika-Rhetorik die Alarmglocken läuten. Er erklärte, Europa werde Amerika bei der Abkoppelung von China nicht folgen, selbst wenn China in Taiwan einmarschieren sollte. Europa wird jedoch von Deutschland angeführt. Nach diesem Wochenende war die Welt beruhigt. In der Gewissheit, dass Deutschland einen großen diplomatischen Eklat und die Errichtung einer zerstörerischen neuen Weltordnung verhindert hatte. Doch Worte können schnell täuschen. Ein Blick hinter die Kulissen offenbart die wahren Absichten Deutschlands. Betrachten wir zuerst, warum Deutschland China braucht. Das Kieler Institut hat in einer Studie vom Februar festgestellt, dass eine Abkopplung von China wie Deutschland besonders kostspielig wäre. Auf der Grundlage von Statistiken aus dem Jahr 2019 können Deutschland Einkommensverluste in Höhe von mehr als 131 Milliarden Euro erleiden. Diese Summe wäre noch höher, wenn China Vergeltungsmaßnahmen ergreifen würde. Dies würde erhebliche Wohlstandseinbußen für Deutschland bedeuten. So Alexander Sandkamp, Mitautor des Kieler Policy Briefs, Leere Regale made in China. Die Abkopplung wäre zwar ein Rückschlag, aber ein noch größerer Verlust an Chancen. China war sieben Jahre in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. Aber die aktuellen Anzeichen deuten darauf hin, dass China Deutschland den Rang abläuft. Im Jahr 2022 stiegen die Importe aus China nach Deutschland viel schneller als die Exporte von Deutschland nach China. Das deutsche Handelsdefizit mit China wuchs von 39 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf mehr als 84 Milliarden Euro im Jahr 2022. Die Umkehrung dieses Handelsdefizits könnte Deutschland stärken. Die Europäische Union hat an einem Handels- und Investitionsabkommen mit China gearbeitet. Ein Durchbruch wurde jedoch im Jahr 2020 gestoppt. Ein zukünftiges Abkommen könnte Europa mehr Möglichkeiten bieten. Die Präsidenten der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen und Macron, sind unter anderem deshalb nach Peking gereist, um die Handelsbeziehungen zu erleichtern. China ist ausländischen Unternehmen gegenüber feindselig eingestellt. Ein nahezu ungenutzter Markt voller Möglichkeiten. Wenn Europa die Supermacht werden will, die Macron anstrebt, wäre ein verstärkter Handel mit China ein Weg dorthin. BASF ist das größte Chemieunternehmen Deutschlands und der Welt. Und der Vorstandsvorsitzende Martin Bruder-Müller sieht die Zukunft des Unternehmens in China. Er sagte im Februar zu Reportern, nennen Sie mir doch mal ein Investitionsobjekt in Europa, mit dem wir Geld verdienen könnten. Er wies auf der jährlichen Bilanzkonferenz seines Unternehmens darauf hin, dass die Gewinne von BASF in China die Verluste in Europa ausgleichen, die durch hohe Energiekosten und Umweltauflagen verursacht werden. Die grüne Agenda Deutschlands, die zu diesen Umweltvorschriften führt, ist ein weiterer Grund für eine stärkere Zusammenarbeit mit China. Seltene Erden kommen hauptsächlich aus China und sind für die deutsche Energiewende von entscheidender Bedeutung. Am Wochenende wurde das letzte deutsche Kernkraftwerk abgeschaltet, was Deutschland noch mehr nach China treibt. Einige dieser Ereignisse veranlassten die New York Times zu der Schlussfolgerung, während die USA versuchen, China zu isolieren, rücken deutsche Unternehmen näher heran. Dies ist die Realität, von der Macron sprach. BASF und Volkswagen sind nur einige von vielen großen deutschen Unternehmen, die ihre Beziehungen zu China ausbauen wollen, so die New York Times. Während wir von Deutschland erwarten können, dass es sich diversifiziert und Abkommen mit anderen Nationen schließt, tut es der Zeit das Gegenteil, als sich von China abzukoppeln. Der Grund dafür ist nicht, dass eine Wirtschaft ohne China nicht überleben kann, sondern vielmehr, dass China Deutschland eine Chance für Wachstum bietet. Als nächstes besprechen wir, warum China Deutschland braucht. Um die deutsch-chinesische Zusammenarbeit zu verstehen, kann es hilfreich sein, einen Blick auf Chinas eigene staatlich finanzierte Medien zu werfen. Die Global Times schrieb, Zitat, Im Finanzbereich verfügt Europa als eines der weltweiten Finanzzentren über eine große Anzahl von Fonds, die nach Investitionsmöglichkeiten in Übersee suchen. Gleichzeitig bietet China im Vergleich zu vielen anderen Volkswirtschaften relativ gute Entwicklungsmöglichkeiten und damit gute Investitionsmöglichkeiten für europäische Investoren, die anderswo kaum zu finden sind. Die USA strebt danach, sich von China abzukoppeln und möchte, dass Europa das Gleiche tut. Wenn sich die USA aber von China abkoppelt, könnte das zum Vorteil für Europa werden. China hat einen viel größeren Bedarf an vom Dollar unabhängigen Investitionen. Europa könnte diese Lücke füllen. In einem Handelskrieg könnte China, also die von Deutschland geführte EU, noch mehr brauchen, als Deutschland China braucht. Vor unseren Augen sehen wir zwei Supermächte im Aufwind. Und diese beiden Supermächte wurden der Bibel prophezeit. Was wir erleben, sind keine rein wirtschaftlichen Überlegungen, sondern der Aufstieg zweier mächtiger Supermächte. Russland und China werden immer militaristischer und vereinen Asien durch Handel oder Gewalt. Gleichzeitig baut Deutschland eine europäische Wirtschaftsmacht auf, mit dem Ziel, eine dritte Supermacht mit einer EU-Armee zu schaffen, wie Macron es ausdrückte. Heute ist die Welt beunruhigt über Russlands Krieg gegen die Ukraine und Chinas Drohungen gegen Taiwan. Obwohl nur wenige befürchten, dass so etwas den USA passieren könnte. Aber der Hass auf das US-geführte System wächst. Und die Nationen schließen sich gegen das US-System zusammen. Die Bibel offenbart nicht nur, dass der Untergang Amerikas kommen wird, sondern sie zeigt auch, wie es geschehen wird. Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flury, warnte in der Dezember-Ausgabe 2014, Zitat Zitat Ende Im Moment wäre es töricht, wenn China oder Europa versuchen würden, die Vereinigten Staaten zu überfallen. Aber die Bibel offenbart, dass der Invasion eine verheerende Belagerung, eine große Hungersnot und ein Bürgerkrieg vorausgehen werden. Das ist die erschreckende Realität, vor der die Bibel warnt. Und nur so kann Gott die Menschheit zur Umkehr bringen. Herr Fluriges Buch Jesaias Enzert Vision erklärt ausführlich, dass Amerikas Rebellion gegen Gottes Gesetz, das in den Zehn Geboten zusammengefasst ist, Gottes Zorn erregt. Gottes Strafe wird zur Umkehr Amerikas und zur Umkehr der ganzen Welt führen. Jeder, der Gottes Warnung heute nicht beachtet und keine entsprechenden Maßnahmen ergreift, wird davon betroffen sein. Die Posaune aus Hesekiel 33 wird geblasen. In Hesekiel 33, 1-5 lesen wir. Und das Herrenwort geschah zu mir, Du Menschenkind, rede zu deinem Volk und sprich zu ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe. Und das Volk dieses Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zu seinem Wächter. Und er sieht das Schwert kommen über das Land und bläst die Posaune und warnt das Volk, wer nun den Heil der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen. Und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinem Kopf kommen. Denn er hat den Heil der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen. Darum wird sein Blut auf ihn kommen, wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davon bringen. Gott hat einen Plan für die gesamte Menschheit, aber viele müssen erst leiden, bevor sie die Warnung beherzigen. Gott fragt, warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Vers 11 Um die Wahrnehmung der Bibel und die wunderbare Hoffnung zu verstehen, fordern sie ein kostenloses Exemplar von unserem Buch Jesajas Endzeitvisionen an. Dieses Buch finden Sie auf unserer Webseite dieposaune.de Fragen und Kommentare können Sie auch gerne an info at dieposaune.de schreiben. Mein Name ist Joshua Michels. Proberten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Bis zum nächsten Mal.